Ich bin davon überzeugt, dass der Blick auf die Ukraine von außen soll ein anderer sein, vor allem weil es bis jetzt keinen Blick auf die Ukraine von außen gegeben hat. Es wurde als ein Teil eines Imperiums gesehen, eines russischen Imperiums, KOK, Sowjetunion, letztendlich Russland. Ab jetzt soll es als ein Land gesehen werden, als ein reiches Land, ein großes Land, ein Land mit der großen Geschichte, interessanten Geschichte, Kultur und vor allem Menschen. Ich sage dir ehrlich, dass ich auch nicht bin. Deshalb kann ich mich über andere denken. Zum Beispiel über das, was mir bei mir ist. Wird der Blick auf die Ukraine in Zukunft der Blick von außen ein anderer sein? Ich denke auf jeden Fall, es ist etwas tragisch, dass die Ukraine immer erst dann ins Bewusstsein rückt, wenn etwas passiert wie Maidan, Krim-Annexion, Krieg. Eine Katastrophe. Aber nun ist es so und tatsächlich ist die Ukraine uns jetzt viel bewusster. Viele Deutsche wissen auch tatsächlich endlich mal, wo die Ukraine liegt und wie groß sie ist. Und zum Glück beginnt man auch sich mehr für ukrainische Literatur und Kultur und auch die Sprache zu interessieren. Also die Antwort ist ja.